Lieblingscharakter von Harry Potter? Nicht Harry Potter, das ist die einzig wahre Antwort. Ich finde ihn so nervig. Echt? Der heult die ganze Zeit rum. Immer so, ach, ich mach das alleine. Und dann sind die anderen beiden so, nee, können wir dir nicht helfen? Und dann ist er so, nein, ich schaff das schon. Und dann braucht er doch Hilfe und dann kommen sie und dann ist er so, ah, danke. Geh doch einfach direkt zu dritt. Ich versteh das nicht bei Harry Potter. Ich will auch gar nicht so Harry Potter an sich haten. Ich bin ein riesen Harry Potter Fan. Weil da wärst du jetzt auch hier falsch. Nee, 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 ich bin ein riesen Harry Potter Fan. Nur manchmal finde ich so, er ist ein bisschen zu selbstzentriert. So lass doch die anderen helfen.